Mikrobielle Infektionen Das Übertragungsrisiko an Türen und Fenstern ist besonders hoch. Hier sammeln sich Bakterien, Pilze und Viren. Und zwar nicht nur an den Beschlägen, auch die Profile sind betroffen. Regelmäßiges Desinfizieren ist eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen die Krankheitserreger. Allerdings mit begrenzter Wirkung. Denn der mikrobielle Schutz nimmt schnell wieder ab. Genau hier setzt die neue Oberflächenbeschichtung Schyko Smart Active an. Schyko Smart Active bietet einen Langzeitschutz gegen die Übertragung von krankheitserregenden Keimen. Ein aktiver Schutzschirm, der sich langfristig im Produkt befindet und nicht erneuert werden muss. Schyko Smart Active unterbricht die Lebensfunktion der Mikroorganismen und stoppt ihre Vermehrung. So werden innerhalb von 24 Stunden mindestens 99,9% aller Keime unschädlich. Auch die multiresistenten Erreger. Möglich macht dies der Wirkstoff Microsilver BG, der kontinuierlich antimikrobiell wirkende Silberionen abgibt. Das in Schyko Smart Active verwendete Mikrosilber liegt in hochreiner, rein metallischer Form vor. Es ist frei von Nanopartikeln. Mit 10 Mikrometern so groß, dass es nicht in den Körper des Menschen eindringen kann. Schyko Smart Active ist für Mensch und Umwelt absolut gefahrenfrei. Microsilver BG ist ungiftig und besitzt kein allergenes Potenzial. Zudem hat es sich in Medizinprodukten bewährt und ist sogar für Naturkosmetika zertifiziert. Schyko Smart Active macht das Leben gesünder. Für Gebäude der Zukunft.